Bestialischer Mord auf Gotland in Schweden. Anfang bis Mitte 30. Die war in den Händen gefesselt. Tod in Folge eines Schlags auf den Schädel. Vermutlich mit einer Axt. Kommissar Anders, meine Kollegin Karin Jakobser. Helena ist tot. Sie sind aber kein echter, oder? Schwede meine ich. Nee. Made in Germany. Papa fängt den Mörder. Er hat bereits einen Verdächtigen. Oder traust du mir das etwa zu? Wir haben Zeugen. Bitte tun Sie ihm nichts. Hören Sie, da draußen läuft ein Seelenmörder frei rum. Der benutzt Sie vielleicht. Warum hast du denn Angst vor Wasser?